Szenario Nummero 5 Das letzte Senat Heavy Metal, übernehmen Sie die Kontrolle über einen schweren Zug, der nach Süden zum Rangierbahnhof Kreuztal gebracht werden muss Fünf Sterne, Regen, Nebel, ich bin gespannt Der Zug für diese Aufgabe ist mit einer schweren Metalllieferung beladen und muss zum Rangierbahnhof Kreuztal gebracht werden, also wer der wird schlechter, steigen Sie den Slab ein und brechen sie so schnell wie möglich auf Ich weiß nicht, ich will gleich gucken wie viele der Bekommens da sind Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, Moment, 13, 14, 15, 16, ich habe ja schon verzählt, 17, 18, 19, Ups, sagen wir mal um die 20 Waggons sind es 200 Meter lang ist der Zug, okay Ich weiß ja nicht was man noch so sieht, aber ich glaube wir sind nicht so viel Ich weiß ja nicht was man noch so sieht, aber ich glaube wir sind nicht so viel Letzten wir uns hin, was ist im Bezug? Neutral und warten bis die Bremsen geladen sind Das ist natürlich wieder eine 185.2 140 Kilometer pro Stunde höchstgeschwindigkeit, höchstgeschwindigkeit, höchstgeschwindigkeit Das ist natürlich wieder Schalten Sie den Stromabnehmer aufheben und den MCB aufschließen Heben Jetzt fließt der Strom Schalten Sie die Lichter ein Aufhell Und lösen Sie die Packgamse Dann würde ich sagen, wollen wir mal los An einem Ort anhalten, in Leed macht das nochmal anhalten Wir sollten die elektrische Bremse lösen Wir sollten die elektrische Bremse lösen Ich wollte die Scheibenwäsche anmachen Auch wenn das nicht wirklich viel bringt, weil wir nicht sehen werden Ob wir nicht sehen werden Ob wir nicht sehen werden Es ist schon ein dunkles Szenario Es werden die anderen möglichen gewesen Dann lassen wir es aus Dann lassen wir es aus Können wir jetzt sowieso noch 20 Kilometer pro Stunde fahren Dann können wir eigentlich Ja fast schon da drauf bleiben Wir sollten in Leed-Matte halten Aber es kann ja nur so rote Signal heißen Das kann ja nur so rote Signal heißen Ich habe gesehen, da kommen wir da gar nicht hin Ich wollte irgendwas nahe gucken Glaube ich Oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Faszinierend! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sind wir hier zu schnell? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist kein Problem. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Strecke ist blockiert, deshalb müssen sie sich engagierbar nur für den Traum anhalten, bis wir sie weiter nach Kreuz zerleiten können. Okay. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Dann halten wir mal in für den Traum 13. Sofern es los geht. Sofern wir auf den Traum 13. Untertitelung des ZDF, 2020 Noch einmal müssen wir anhalten, zumindest versuchen gut anzuhalten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020